Im schillernden Universum Hollywoods, das von Glamour und Glanz geprägt ist, gibt es Geschichten, die hinter den Kulissen verborgen bleiben. Eine solche Geschichte ist das tragische Leben der Schauspielerin Lucy Lee Flippen. Hinter dem strahlenden Lächeln und den aufregenden Rollen verbirgt sich eine Lebensreise, die von Höhen und Tiefen, Erfolgen und Tragödien geprägt ist. Lucy Lee Flippen, geboren am 23. Juli 1943 in Philadelphia in Pennsylvania, begann schon in jungen Jahren ihre Reise in die Welt der Schauspielerei. Ihre frühen Jahre waren von einer erwachsenen Leidenschaft für das Theater geprägt, die in Schulproduktionen und lokalen Aufführungen zum Ausdruck kam. Schon als Kind zeigte Lucy Lee Flippen ein bemerkenswertes Talent für die darstellenden Kunst. Sie trat in Schultheaterstücken auf und ließ ihr Publikum bereits damals von ihrem Charisma und ihrer Bühnenpräsenz beeindruckt zurück. Diese frühen Erfahrungen ebneten den Weg für ihre späte Karriere als Schauspielerin. Nach dem Abschluss der Schule folgte Lucy ihrem Herzen und zog nach New York City, um Schauspiel zu studieren. In der pulsierenden Theater- und Kulturszene der Stadt konnte sie ihre Fähigkeiten weiterentwickeln und erste professionelle Kontakte knüpfen. Diese Zeit des Lernens und Wachsens legte den Grundstein für ihren späteren Durchbruch. Der Wendepunkt in Lucys Karriere kam, als sie die Rolle der Eliza Jane Wilder in der ikonischen Fernsehserie Little House in the Prairie ergatterte. Ihre Darstellung einer strengen, aber einfühlsamen Lehrerin brachte sie in das Bewusstsein eines breiten Publikums. Die Serie, die auf den Büchern von Laura Ingalls Wilder basiert, wurde ein großer Erfolg und schuf die Plattform, auf der Lucy Lee Flippen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen konnte. Und obwohl Lucys Talent unbestreitbar war, bedeutete der Weg zum Ruhm nicht nur Glanz und Glamour. Sie musste sich mit den üblichen Unsicherheiten und Entbehrungen des Schauspielerlebens auseinandersetzen. Auditions, Ablehnungen und das ständige Streben nach der perfekten Rolle waren Teil ihres Alltags. Der wachsende Ruhm brachte auch die Herausforderung mit sich, Berufliches und Privates in Einklang zu bringen. Lucy versuchte ihr Privatleben zu schützen und gleichzeitig die Anforderungen der Filmindustrie zu erfüllen. Dieser Balanceakt führte zu persönlichen Kämpfen, die oft im Verborgenen blieben. Lucy Lee Flippen zeichnete sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Sie konnte sowohl komische als auch dramatische Rollen meistern und ihre Fähigkeit, in verschiedene Charaktere einzutauchen, beeindruckte das Publikum. Diese Fähigkeit machte sie zu einer gefragten Darstellerin in verschiedenen Film- und Fernsehprojekten. Lucys Ausstrahlung auf der Leinwand war unbestreitbar. Sie konnte Emotionen auf eine Weise ausdrücken, die die Zuschauer tief berührte. Ihre Fähigkeit, sich in ihre Rollen hinein zu versetzen, verlieh ihren Charakteren Authentizität und Tiefe, was zu einer starken Verbindung zwischen ihr und dem Publikum führte. Während einer ihrer Filme gedreht wurde, erlitt Lucy Lee Flippen einen schweren Schicksalsschlag. Den plötzlichen Verlust ihres geliebten Ehepartners. Dieser tragische Vorfall erschütterte sie zutiefst und warf einen Schatten über ihre Karriere und ihr persönliches Leben. Der Schmerz und die Trauer, die sie erlebte, beeinflussten ihre Arbeit und ihre Fähigkeit, sich auf ihre schauspielerische Leistung zu konzentrieren. Der Verlust ihres Partners führte zu einer Phase der Unsicherheit und emotionalen Belastung für Lucy. Sie musste sich nicht nur mit ihrer eigenen Trauer auseinandersetzen, sondern auch mit der Frage, wie sie ihre Karriere fortsetzen sollte, während sie gleichzeitig mit dieser persönlichen Tragödie kämpfte. Diese Zeit des Kampfes und der Verarbeitung war eine der schwierigsten Phasen in ihrem Leben. Trotz des Schmerzes und der Herausforderungen fand Lucy Lee Flippen schließlich Wege, mit ihrem Verlust umzugehen. Sie suchte Unterstützung bei Freunden, Familie und professionellen Helfern, um ihre Emotionen zu verarbeiten. Diese Erfahrung verlieh ihr eine neue Perspektive auf das Leben und half ihr, die Bedeutung von Mitgefühl und Resilienz zu erkennen. Die persönlichen Verluste und Tragödien, die Lucy erlebte, hatten einen direkten Einfluss auf ihre schauspielerische Arbeit. Obwohl sie sich weiterhin bemühte, qualitativ hochwertige Leistungen zu erbringen, konnte sie nicht verhindern, dass ihre Emotionen und ihre Verletzlichkeit in ihre Rollen einflossen. Dies führte zu einer neuen Tiefe und Authentizität in ihren Darstellungen. Mit der Zeit und intensiver Selbstreflexion fand Lucy Lee Flippen einen Weg zur Heilung. Sie nutzte ihre eigenen Erfahrungen, um sich für Themen wie Trauerbewältigung und psychische Gesundheit einzusetzen. Ihr offener Umgang mit ihrem eigenen Schmerz inspirierte andere, ähnliche Herausforderungen anzugehen und Unterstützung zu suchen. Die persönlichen Verluste und Tragödien im Leben von Lucy Lee Flippen verdeutlichen, dass selbst hinter der strahlendsten Kulissen des Ruhms menschliche Kämpfe existieren. Diese Ereignisse prägten ihre Karriere und ihre Persönlichkeit. Und obwohl sie mit Hindernissen konfrontiert war, fand sie die Stärke, sich durch diese schwierigen Zeiten zu kämpfen. Das tragische Leben der Schauspielerin Lucy Lee Flippen hat einen tiefen Eindruck hinterlassen und uns gezeigt, dass hinter den strahlenden Scheinwerfern des Ruhms immer auch Schattenseiten und schmerzhafte Emotionen existieren. Lucy musste persönliche Verluste und tragische Ereignisse bewältigen, aber sie fand die Kraft, sich durch diese schwierigen Zeiten zu kämpfen und den Weg zum Erfolg fortzusetzen. Wenn sie von der bewegenden Geschichte von Lucy Lee Flippen berührt wurden und Inspirationen daraus schöpfen konnten, schließen sie sich unsere Community an, indem sie unseren Kanal abonnieren. Wir werden weiterhin fesselnde und bewegende Geschichten wie diese präsentieren, um gemeinsam zu lernen und die Facetten des Lebens und der Kunst zu entdecken. Wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.